Zuerst steckst du das Carlin-Kit-Gerät in die USB-Buchse, an der CarPlay vorhanden ist. Wenn das Carlin-Kit-Gerät dann hochgefahren ist, siehst du folgendes auf dem Bildschirm. Jetzt gehst du in deine Bluetooth-Einstellung vom iPhone und suchst hier das Opel AF20-Gerät. Das kann manchmal anders heißen. Ich weiß nicht warum, aber jetzt heißt es richtig und wählst das aus. Ja, ich möchte das CarPlay verwenden und schon ist es verbunden. Fertig. Die Bluetooth-Verbindung hier verschwindet. Du siehst, dass es hier nicht miteinander gekoppelt ist. Das liegt einfach daran, dass Bluetooth nur für die Verbindung benutzt wird, die dann über WLAN stattfindet. Solltest du also WLAN-Sharing im Auto haben, dann funktioniert das natürlich nicht mehr. War es das schon? Gibt es noch mehr hier einzustellen? Ja, du kannst noch mehr einstellen. Dazu kannst du den QR-Code in deiner Anleitung scannen oder hier in dem beliebigen Browser auf dem iPhone einfach 192, 168, 50, 2 eingeben. Dann startet ein internes Menü. Ich habe hier schon mal alle Daten aus dem Auto eingegeben. Übrigens dieses Update mit dieser Versionsnummer bitte ignorieren. Dazu habe ich ein anderes Video. Das verlinke ich dir in der Beschreibung bzw. in den Kommentaren. Auf jeden Fall hast du hier ein paar Möglichkeiten unter Advanced. Zum Beispiel kannst du einstellen, ob das GPS des Fahrzeugs für die Satellitennavigation benutzt werden soll. Wie die Klangqualität ist, ob es CD, DVD ist. Ob hier beim Starten des Carlin-Kit ein Delay stattfinden soll. Das ist zum Beispiel bei Opel-Fahrzeugen keine schlechte Idee, denn dann startet zwar das Carlin-Kit langsamer, dafür aber umso sicherer. Denn Opel-Radios brauchen ein bisschen zum Hochfahren und da ist ein Delay von 10 Sekunden gar nicht so schlecht. In meinen alten Carlin-Kits habe ich eben dieses Delay immer eingestellt. Du kannst es hier resetten. Du kannst hier ein Rollback auf eine alte Version machen. Und du kannst hier noch die Sprache einstellen. Ich habe es auf Englisch gelassen, weil dann die Übersetzung sonst einfach zu schlecht ist. Du kannst hier das Media-Delay einstellen. Standardmäßig sind 1000 Millisekunden eingestellt. Das würde ich tatsächlich auch so belassen, weil dann die Verbindung einfach stabiler ist und keine Ruckler und keine irgendwelche Aussetzer in der Musik oder etc. zu hören sein sollten. Hier kannst du die Devices managen, die am Carlin-Kit bereits verbunden sind. Wie du siehst, haben wir es gerade neu eingerichtet. Hier ist nur das iPhone und wie gesagt, hier hast du noch ein paar Infos, wo du immer auf Check Update gehen kannst, um die neueste Version zu holen. Aber wie gesagt, diese Version gerade hier, die solltest du nicht installieren und einfach ignorieren.